Jetzt müssen wir halt ein paar laufen lassen. Jetzt haben sie zu wenig Gewichte drauf, oder? Die letzten. Gut. Jetzt geht es natürlich nicht. Das Format ist jetzt anders. Ist das ein Leckvotei? Ja, das Format. Den musst du nicht ausstellen. Dann musst du es ein bisschen größer. Ja, es sind größer. Es läuft nicht aus. Ja, ja. Warte, jetzt muss man mit Maschinen vom Markt regulär, aber da ist okay. Und am Schluss musst du halt ein bisschen kugelig haben, weisst du? Dass es eigentlich mehr läuft. Do you want to see something through the machine? Ideally, yeah, it's possible. Ja, das muss ich in die Maschine fahren. Ah, ja. Ja. Man muss eher eingesehen, der verweckt, oder? Lass mich. Lass mich. Lass mich. Okay. So, we'll check the size data. Warte. Ja. Warte. Lass mich zuerst einen rausnehmen. Warte. Okay. Das ist ein bisschen. Warte. Warte. Die, Karte warte. Warte. Warte, Warte. Warte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.